wie du mit kaffee reich werden kannst hallo meine lieben gastro kollegen wir machen heute ein flat white das ist wie ein cappuccino nur mit dem doppelten espresso und da kommen 18 gramm kaffee rein wenn man davon ausgeht 1 kilo 25 euro kostet dieser move nur 45 cent ein barista braucht im schnitt 80 sekunden für ein flat white wenn man davon ausgeht 15 euro der stundenlohn da sind das hier schon 30 milchpreise variieren natürlich aber momentan für 150 milliliter herstellungskosten waren einsatz personaleinsatz 94 cent für vier euro kannst du es in hamburg verkaufen also aufschlagsatz von 400 prozent wenn du 200 stück verkaufst hast du 600 euro in der tasche nicht ganz miete und so weiter und das ganze muss natürlich noch runter